Herzlich Willkommen bei den Vitalwild News. Heute zu Gast Frau Dr. Imke König, Leiterin des Physikariums Batschalerbach. Grüß Gott. Frau König, was ist denn das Physikarium in Batschalerbach eigentlich? Das Physikarium ist ursprünglich das Therapiezentrum, das jetzt nach einer ausführlichen Renovierung im letzten Jahr dieses Jahr neu eröffnet wird und sich den Tagesgästen eröffnet. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur unsere Kurgäste, sondern wir haben ein ganz neues Angebot vor allem im Wellnessbereich und im hochwertigen medizinischen Rückenbereich für unsere Tagesgäste und Privatgäste. Wie ist denn das Angebot im Allgemeinen? Wir haben zwei Säulen, auf die wir uns stützen. Das eine ist das Angebot für den Bewegungsapparat, vor allem Rücken, Wirbelsäule und die großen Gelenke. Das heißt, wir haben Spezialgeräte da zur Diagnostik und das zweite ist natürlich für unsere Tagesgäste und für unsere Wohlfühlgäste das umfangreiche Angebot im Wellnessbereich. Und wie schaut es mit dem Angebot im medizinischen Bereich aus? Ja, traditionell ist Batschalerbach bekannt für Therapien für den Bewegungsapparat und das ist auch das Thema, auf das wir uns jetzt konzentrieren. Das heißt, wir haben uns die neuesten medizinischen Geräte für die Untersuchung und für das Training von der Wirbelsäule geholt. Das sind Geräte, wo Muskelgruppen einzeln digital ausgetestet werden und wo man dann hinterher mit Biofeedback kontrollierten Kurven zum Beispiel auch die Muskulatur entsprechend kontrolliert trainieren kann. Frau König, wie ist denn das Angebot im Wellnessbereich? Ja, im Wellnessbereich haben wir uns etwas ganz besonderes ausgedacht und haben uns auf das Thema Berührung konzentriert und haben uns gesagt, wir bringen die schönsten Massagen aus der ganzen Welt nach Batschalerbach und das heißt für uns nicht nur die ganzen asiatischen Massagen wie Shiatsu oder Ayurveda, sondern wir haben ganz spezielle Angebote aus Australien oder auch zum Beispiel die Vancouver Massage aus Südafrika. Sehr schön, das heißt, die ganze Welt ist zu Gast in Batschalerbach. Genau. Frau Dr. König, ich danke Ihnen für Ihren Besuch. Danke auch. Danke Ihnen fürs Zusehen und bis zur nächsten Woche bei den Vitalwelt News. Zusehen undinin